So, rein da! Ab in diese Botage! Du bist die Seuche aller Objective Games. Es ist doch so. Aktivieren! Aktivieren! Kontrollpunkt aktivieren! Wieso läufst du zu A? Ist gut. A wie aktivieren? Ich dachte es wäre B. Nee, das ist aber A. Wir müssen A einnehmen. A ist eingenommen. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ja, wir sind jetzt beim Verteidigen. Ja genau, und jetzt musst du hier Leute killen. Yeah! Und die Leute kommen von... Aber der hier war blöd. Da musste man so weit weg gehen von den Generatoren. Dann hat es nicht gezählt. Ja, dann geh zu B. Aber B ist gerade schon gesprengt worden. Das ist schlecht. Oder? Wieso? Das ist gut! Hier sind die Rebellen! Wir sprengen die Generatoren! Ach so! Stimmt, damit wir wegkommen. Jaja. Okay. Aber vielleicht ist C praktischer. Ach... Drachen. Weil der hier bringt mir nichts. Ja, ich... ich muss dieses... Das ist herausfordernd. Die will ich hier auf jeden Fall noch schaffen. In der Runde hier. Toll. Schaffst doch nicht. Was sagst du? Weil A jetzt auch gesprengt ist. Nein! Da kommen keine Gegner mehr rein. Doch, da ist ein Gegner drin! Ja, dann kill ihn! Der war schon tot. So, das muss man noch zu C. Nein, ich kann die gerne... Mann, jetzt muss ich den Modus nochmal spielen. Mann, ich hab keinen Bock, den Modus nochmal zu spielen. C! Auf zu C! Ähm, halt! Hä? Wo kam denn der her? Wer? Ach, der hat einen E4er gehabt. Der hat genau die Waffe, die er haben will. Schade. So. Richtig schade. Ich geh zu C. Ich bin auf dem Weg. Hey, wir haben Blumen. Orlando! Ich muss schon wieder so ewig laufen, bis ich da vorne bin, ist eh wieder alles vorbei und ich kann keine Gegner mehr killen. Das ist keiner da. Nein! Schneller! Ja, jetzt kommen die Gegner, die kommen jetzt... Die Gegner greifen mich an. Toll, der. Auf dem Weg dahin werde ich gekillt. Kann ich bei dir starten, bitte? Nein! Ich bin tot. Nein! Jetzt wird die ganze Wege wieder laufen. Bis ich da, dann hab ich dann eh keine Chance mehr. Vielleicht ist er gleich gesprengt und ich muss den Modus nochmal spielen. Da! Toll! Grandios! Keine Chance gehabt, keine Chance gehabt, diese scheiß Box zu holen. Ach man, Drago. Ich geh jetzt aus dem Spiel raus und hol mir noch den Modus. Den spielen wir jetzt nochmal. Doch, ich will das jetzt schaffen. Was zur Hölle? Oh. Ich will jetzt die Waffe haben. Ich hab keinen Bock wieder zehn Stunden zu warten, bis es vielleicht zufällig irgendwann wieder der Modus kommt. Ach mein Gott. Kleines Mädchen. Kann doch nicht wahr sein ey. Der fliegt so schnell hier vorbei gewesen. Nur weil die so schlecht sind. Man geht ja keine Opfer. Kann doch nicht wahr sein ey. Okay. Okay. Ja komm, wir hätten doch mal ein bisschen sich mehr bemühen können. Wir können nicht sein, dass wir so leicht gewinnen hier. Wenn du hier verteidigst und zwei Kills, dann hast du es ja auch. Ja, aber das zählt nicht als Generator. Das stimmt. Du musst ein Generator pumpen. Ja eben. Das ist schade. Daher? Pech gehabt. Dumm gelaufen. Ja genau. Ganz genau. Ganz genau. Das dürfte ich nicht als Generator erzählen hier. Das würde mich schon sehr wundern. Egal. Oh, da kommt ein Wolkenwagen. Oh, der kann sogar fliegen halbwegs. Ja, bis er dann von mir zerstört wurde. Okay, nicht von mir zerstört wurde, aber zerstört wurde. Ey, das war ja wohl mein Kill. Ah. Gemein. Hat aber nicht für mich gezählt. Obwohl es mein Kill war. Au. Hä? Warte, kommere Seite. Ne. Wo sind sie denn alle schon wieder die Gegner? Von vorne. Von vorne. Von vorne. Und von hinten. Eigentlich von dieser. Lauf wir doch nicht rein, Ayrton. Meine Güte. Ah. Wir müssen hier auch immer hüpfen. Können wir das nicht mal lassen. Ich hatte so einen schönen Headshot. Indem sie mir jetzt schon hier meine Herausforderung ruiniert haben, können sie sich doch wenigstens noch abschießen lassen. Oh, Dengar, ja genau. Wo ist Dengar? Bei mir, direkt bei mir. Das ist schlecht, weil direkt bei dir ist es direkt bei mir. Ja, da rastet er gerade aus da vorne. Ja, du hast tot. Edward. Ach komm, Edward. War meiner. Edward Nygma war besser. Nein. Edward J. Da kommen noch welche. Da kommen doch noch welche. Ich will jetzt einen wegsnipen, das ist so zufriedenstellend. So befriedigend. Die Gegner kriegen in der Runde echt gar nichts auf die Reihe, oder? Nö. Ach, kommt, fliegt doch nicht los. Ja, nimm meine Dioxysgranate. Oben ist Vader übrigens. Ist er das? Ah, müssen wir nicht mehr losfliegen. Ja genau, gell? Voll uncool. Echt nicht cool. Au, das ist nicht Vader. Imperator, Imperator. Imperator hat mich getötet. Ja, nicht nur dich. Das ist schlecht. Den Punkt müssen wir verteidigen. Reißen sie doch nochmal was, wenn sie jetzt mit Helden haben, dann kann es vielleicht nochmal was werden für sie. Ja, wo sind unsere eigentlich? Da sind sie. Passt doch. Aber es geht ja nicht mehr in die andere Richtung, oder? Okay. Ja, aber es sind noch ne, zwei Minuten. Na gut, die zwei Minuten, die sollten wir hier noch durchhalten. Ach, komm du kleiner Jedi! Ahhhh! Imperator ist tot, Luke ist tot. Ich darf aber auch gerade gar keine Kills mehr zu machen, irgendwie. Das ist schlecht. Oh, ich höre nicht mehr. Das ist schlecht. Das ist gewöhnlich nichts, was ich gerne höre. Viele Kills sind... Sorry, Sackschuss. In the Nuts. In the Nuts. Und? Okay, da sind ein paar. Genatzt, genatzt, genatzt! Hab ich. Luke Pixelwalker. Was war denn das da oben? Aua, aua, aua. Ach, da steht irgendwie... Oh, Vader. Vader von links. Vader von links? Vader von links. Ich bin tot von rechts. Aber Vader war auf jeden Fall links. Vader ist auch immer noch links. Ich hab ihn grad nicht gesehen. Ja, aber du bist... Du bist ja komplett woanders... Okay. Ah, okay. Wir verlieren den Punkt. Da kommt das Schiff, da kommt das Schiff! Ja, wir verlieren den Punkt. Ah! Nicht gut. Dabei kommt doch da gerade ein Schiff. Rein! Rein! Tötet sie alle! Hier, seht sie alle! Seht sie alle! Seht sie alle! Krass, was hier los ist. Ja. Oh, oh, Vader. Nein! Double Kill! Der Vader hat schon wieder gemacht. An mir! Und dem anderen. Beim Land starten. Ja, mach das. Ich höre, Vader. Ich höre, Vader. Ich höre, Vader. Ja, Vader ist ja auch direkt da. Und ich bin schon wieder tot. Verdamm! Bleib in Deckung! Ich bemühe mich. Feuern wir! Oh, oh, Vader! Ja, doch, das sollten wir, glaube ich. 0 Sekunden! Haut die doch hier raus! Sag mal, der fliegt über alle drüber und geht genau auf mich nur! Genau auf mich geht er wieder nur! Schade! Jedes Mal das gleiche! Aber wir haben es geschafft! Oh, Gott! Du warst ja sehr erfolgreich, diese Runde! So, jetzt müssen wir den Modus auch nochmal spielen, weil hier ist dieses Ding haben, endlich! Okay! Also, Spiel verlassen! Ja, Spiel verlassen und nochmal den Modus rein! Außer, wenn es ja eh der neue Sabotage-Modus, dann müsst ihr den ja auch mal sehen, wenn er schon neu ist! Der ist ja so toll! Hast du was gegen den Sabotage-Modus etwa auszusetzen? Ja! Er ist nicht gerade einfallsreich! Ja, gut! Das ist aber bei den meisten Modi so! Ja! Ich hätte mir gerne so einen Modus Eroberung gehabt! Okay! Also, so mit mehreren Punkten gleichzeitig zu erobern! Das ist sowas wie das Druiden-Teil, aber das Druiden-Teil ist scheiße! Ja, das gibt es ja auch gar nicht auf Best-Bin, das Druiden-Teil! Ja! Obwohl, das ist eigentlich ein Problem, dass wir auch hätten umsetzen können! Diese Druiden-Teile sind auf der kleinen Maps! So eine Eroberung wie in Battlefield! Das fehlt! Okay! Oder so eine Eroberung wie im alten Battlefront! Ah! Die Zeiten sind vorbei, Len! Auch wenn du dir die guten alten Zeiten zurückwünschst, sind leider Vergangenheit! Ja! EA ist einfach dumm! Oh! Ist so! Ist so! Da haut's der Ländere 16 aber raus! Was ist das letzte gute Spiel, was von EA kam? Richtig! Herr der Ringe, die Rückkehr des Königs! Hm! Das war geil! So! Wurscht aus! Sabotage ist angesagt! Okay, Mirror's Edge aber! Battlefield 3! Battlefield 3! Siehst du, Len? Siehst du, Len? Siehst du, Len? Bad Company! Oh, Bad Company! Aber das ist ja nur EA als Publisher! Ach so! Das ist ja von DICE gewesen! Das Spiel ist jetzt auch von DICE, aber... DICE! Als es noch gut war! Ich glaub eher, das ist so ne Zeitfrage gewesen, dass Battlefront vielleicht nicht ganz so gewollt, wie man es sich vorgestellt hat, zum Beispiel keine Story hatte oder so, dass halt... Ach, das mit keiner Story ist mir so egal bei einem Multiplayer-Spiel! Uh! Jetzt siehst du auch mal die schöne Karte! Palast des Administrators! Das Timberium verwendet die Bannergast-Generatoren, um ihre Traktorstahlen zu versorgen, was die Rebellentransporte an der Flucht aus der Wolkenstadt hindert. Die Rebellen müssen die Generatoren sprengen und ihre Exfiltrationspunkte verteidigen. Das Imperium muss die Rebellen aufhaut und sie zur Strecke bringen. Ah, mir tut der Rücken weh. Schade. Ja. Ah, blöd. Ah ja. Ah! Ich hoffe wir spielen auf der Seite des Imperiums, weil ich glaube, wenn wir auf der Seite der Rebellen spielen, dann bringt das gar nichts, oder? Ach lön. Ist halt schwerer für dich. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass sie hier nochmal was tut. Ah, die Map ist echt schön. Es ist gut, dass wir hier nochmal reingestarrt sind, sonst hättest du die Map noch gar nicht gesehen gehabt. Da sind doch einige neue Maps dazugekommen. Jawohl, wir sind Imperium. Jawohl. Jawohl, ja. Da siehst du auch schon die Slave 1. Du, die Stadt in den Wolken habe ich bekommen. Okay. Ist jemand runtergefallen? Zwei, drei. Die Stadt in den Wolken, das heißt wahrscheinlich, dass du alle Dings... Ja, die sind die... Ne, das heißt wahrscheinlich, dass du alle Dings hast, alle... Maps. Maps schon mal gespielt hast. Sorry mit dem Springen, ich bin's so gewohnt von... Hä? Achso, du, es ging nicht an mich, die Entschuldigung. Ne, 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 es ging an meine Zuschauer, die mich jetzt springend gesehen haben. Okay, ich komme mal zu dir. Zu mir? Zu dir, ja. Warum? Warum nicht? Es springt doch gar nichts. Jo, wir sind zu A. Ja, aber ich war gestorben deswegen. Achso. A, 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 A. Len lebt hier am Limit mal wieder. Jawohl. Achso, ich dachte, es wäre nur diese kleine Balken oben, aber... Ja, ich bin ein Badass. Du bist der aller Badasseste Badass, den ich kenne, Len. Und ich habe einen Assist gemacht. Nein, von hinten, Len. Von hinten sagte ich. Ja, halt die Klappe. Sag nicht, ich hätte es dir nicht gesagt, sag nicht. Du hast es mir gesagt, und ich wusste es. Aber ich wollte den anderen erledigen, weil ich wusste, dass ich sowieso schon Toast war. Nein, der erste ist bereits kaputt. Der erste ist bereits kaputt, verdammt. Ja, dann gehen wir doch zum nächsten. Bin ich. Zwei Verteidigungen brauchst du. Ja. Dann verteidige es. Versuch's, ja. Jetzt kommen aber keine Gegner hierher. Ja, das ist, glaube ich, hier der letzte, oder? Ja, sie sind zu B gegangen. Doch, doch. Hier ballert zumindest jemand in der Nähe irgendwo. Warte, ich geh mal raus auf die Plattform. Zu Slave One. Die ist schön, die habe ich mir gestern auch schon angeschaut. Oh Gott, wieso brennt die Stadt? Wieso brennt die Stadt? Das nennt man Sonnenuntergang. Nein. Komm raus. Kann ich nicht. Hier ist ein Gegner jetzt gleich. Komm raus. Kann ich nicht. Schau's dir an. Die Stadt brennt. Nein, ich glaub's dir. Nein, du glaubst es mir nicht. Eben. Doch. Ich brauche jetzt die Punkte, Lenny. Ich kann hier nicht raus. Ich kann hier nicht weg. Wo ist ein Gegner? Ah, da unten haben wir vor allem gespielt. Oder war's da unten? Nein, die sterben. Wow. Da unten ist Princess Leia. Ich kann auf sie schießen. Nein, ich bin tot. Und jetzt ist sie weg. What the hell? Bitte was? Wenn die Leute kommen hier feil, gell? Bitte was? Ich habe gerade das krasseste Spektakel erlebt. Okay. Ja. Krass. Schade, dass ich es verpasst habe. Ein Dackel eingewickelt in Bacon. Ein Spektakel. Ein Spektakel. Nice one. Ja. Der war geklaut von Willi Astor. Sorry. Aber lustigster trotzdem. Bestimmt. Kill doch mal. Jawoll. Aber das hat nicht gezählt. Der war zu weit weg, glaube ich. Von dem Ding. Aber Generator verteilt. Der hat gezählt. Der hat definitiv gezählt. Jetzt fehlt nur noch einer. Da unten. Geil. Ich gehe hier nie wieder weg. Mein Generator gehört mir. Ob die Prinzessin Leia gesehen hat, dass ich auf sie geschossen habe da unten. Wäre ziemlich witzig zu wissen. Ich rede gerade nicht mit dir. Das ist mir bewusst. Das ist mir bewusst. Ich antworte dir trotzdem. Das macht es witziger. Das ist unhöflich. Oh. Entschuldigung. Sagt dir der vorhin gerülpst halt ganz laut. Halt die Klappe. Und sonst mache ich noch ganz andere Sachen. Gut, dass ich dich nicht sehe gerade oder da neben dir sitze. Da oben ist die Wand. Komm da her. Da ist Luke. Bist du tot? Nein. Nein. Ich bin gleich. Ja gut, ich versuche im Leben zu planen. Ich arbeite dran. Ich bleib für dich am Leben. Nein. Ich bleib für dich am Leben. Du kannst bei mir spawnen. Ja, ich glaube der kommt gerade zu dir, wenn du bei der Slay Phone bist. Ne, bist du nicht. Ne, bin ich nicht. Wop, 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 da ist ein Wequay. Der ist tot. Da ist auch noch ein Hahn. Wirst du mich verarschen. Wir müssen verteidigen. Aber wir haben immer noch zwei Punkte. Das ist gut. Au. Punkt C wird gerade immer noch angegriffen oder? Ja und wo läufst du hin? Zu gar nichts. Zu Punkt C. Zu gar nichts läufst du. Zu A Punkt C. Teile diesen Moment. Ah, kann ich leider nicht. Das war geil, das war geil. Danke, ich weiß. Du hast sie in der Luft, hast du sie geboxt, oder? Ja, habe ich. Okay, da ist Klaas. Tatsächlich. Er hat schon ja beide drauf geschossen. Links ist einer. Ich weiß. Aber der hat verdammten explosiven Geschuss und mit dem Cyclergewehr mich getötet. Ah, Mann. Der Troll war's. So, C ist weg. Da ist Luke. Ja, ich weiß. Verdammt, jetzt ist er schon wieder weg. Das wollte ich gerade hier Feuer weg machen. Komm auf zu B. Du brauchst noch ein verdammtes Verteidigendsteil. Nein! Ich bin schon wieder tot. Ja, dann stimmt doch nicht. Ja, wie denn? Indem du dich verbarrikadierst. Und bei mir spawnst. Genau. Oh, Kunst. Lass mich draufsteigen. Oh, hier. Oh. Von welcher Seite kommen sie? Von überall. Von überall. Oh, guck mal. Beats by Dre. Kann ich. Du nimmst das viel zu ernst. Du nimmst das viel zu ernst. Du nimmst das viel zu ernst. Ja, ich will die Waffe endlich mal haben. Ja, dann streng dich an. Ja, wie denn wenn ich nicht mal Gegner sehe? Du musst dir mal Gegner anschauen. Die sind alle unsichtbar. Wo sind die denn schon wieder alle? Menno. Die sind da. Guck mal. Ja, da unten bringt's mir aber nichts. Das zählt, glaub ich, da nicht, wenn ich da unten welche kille. Au, 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 au. Au, au. Au, au. Oh, ich falle. Wow. Dann warte doch einfach, bis sie reinkommen. Weil ich gestorben bin. Sponsor bei mir wieder? Ja. Schon lange. Clever. Die Stadt brennt, das ist brutal. Was ist denn hier passiert? Tja, das ist Imperium, wo ich mal vorbeigekommen. Da sind wir vorbeigekommen, denn wir sind das Imperium. Wir sind böse. Wir machen sowas. Städte kaputt. Glaub ich nicht. Nee, wir sind die guten Länden. Ja, sind wir. So ziehen sie dir in der Ausbildung zwar hier immer, aber... Du wirst hier nicht einer flinken. Okay. Oh, so knapp über den Kopf drüber. Kann doch nicht wahr sein. Ich glaube, hier kommen keine Gegner mehr hin, Länden. Müssen sie aber. Ja, sollten sie, aber ich glaube, schaffen sie nicht. Das ist nicht mein Problem. Oh, jetzt kommen die Schüsse langsam näher. Das ist gut. Keine Gegner im Anmarsch. Die letzte Bastion. Ah, jetzt viel leid, jetzt viel leid. Wo sind die Gegner? Nee, die schaffen sie echt nicht hoch, glaube ich. Da, komm, hier, da. Da kommen sie. Sie schaffen es nicht. Sorry. Okay. Tatsache. Die Gegner sind einfach zu schlecht. Deswegen schon wieder. Wie wir in der letzten Runde das nicht schaffen, weil ich es nicht schaffen, weil die Gegner zu schlecht sind. Oh, Granate, Granate. Der egoistische Drachenbursche. Ich will nicht gewinnen. Ich will das schaffen, was ich will. Ja, ich will die Herausforderung schaffen. Ich will nicht das Objective spielen. Das ist voll scheiße, wenn man das Objective spielt. Nö, ist nicht scheiße, aber mit der neuen Duffel macht es noch mehr Spaß zu spielen. Aha. Oh, jetzt habe ich, jetzt sieht man sie da hinten sogar fast schon, die Gegner. Ah. Teehihi. Teehihi. Könnt ihr die nicht mal ein bisschen zurückkommen lassen, die Gegner? Gebt ihnen doch auch mal eine Chance. Ein Herz für Gegner. Nein, nein. Niemals. Ah. Dann laufe ich rum und nachwegs noch ein paar Kills, auch wenn sie sowieso nichts mehr wird. Ja, ich kann auch mal ein bisschen noch. Ah, wo sind sie denn alle? Die Gegner. Davon ist ein toter Lachen. Schön killen. Die schauen uns echt nicht hierher zu kommen, oder? Ne, sind zu blöd. Ah. Überhin, einen habe ich gemacht. Also, wenn ich einen pro Runde schaffe, dann müssen wir nicht mehr so viele Runden machen. Okay. Das klingt, äh, toll. Oh ja, Mann. Oh, das macht so viel Spaß, das Rennen. Ja. Ah, du hast ein Schiss hier geholt. Ja. Ja. Das ist natürlich geil. Ich stehe halt hier ein bisschen. Oh, das ist immer gut, glaube ich. Ich schieße auf den Eingang rein. Das ist schön. Oh, ich bin tot. Schade. Armbrust, willst du mich verarschen? Nee. Armbrust. Armbrust ist doch... War gut, Armbrust. Nein. Hey, die Rebellen sind da. Nein, die Rebellen sind da. Oh, einen Generator gerettet. Du hast 200 Punkte. Mann. Das hat übrigens... Ich stand übrigens außerhalb des Gebäudes und habe mit dem Gewehr jemanden gekillt, der näher gekommen ist. Ach so. Ach so, einen Generator gerettet. Nein, wir haben einen Generator gerettet, weil das Spiel vorbei war. Ja, richtig. Oh. Die 200 Punkte habe ich... Die 200 Punkte habe ich auch bekommen, so ist es nicht. Ja, ja, ja. Nee, ich habe halt im selben Moment einen gekillt, deswegen. Ach so. Ja. Ach so, ach so. Deswegen war ich kurz verwirrt. Das ist natürlich okay. Danke. Neun. Einer fehlt noch. Einer, verdammt. Das ist eine viel zu schwere Aufgabe. Jetzt ist es hier die Grunde. Aber meinst du, es geht... Aber bei den Rebellen geht es auch klar. Du hattest ja bei den Rebellen Punkte damit gemacht. Also Generator verteidigen, oder? Ich kann es dir nicht sagen. Schon. Ich habe nicht aufgepasst. Doch, du hattest doch einmal, glaube ich, Punkte... Ich hole jedenfalls einen neuen Huttenauftrag und zwar für die Bagda-Bombe. Ach ne, die habe ich ja schon. Ich glaube doch nicht. Warum habe ich die nicht ausgerüstet? Hallo? Kann mir das jemand sagen? Ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß. Bagda-Bombe. Meine Güte. Gib mir die Bagda-Bombe. Aber es gibt sogar zwei große und zwei kleine Karten, dann neue hier. Und noch die Weltraumkarte. Also fünf neue Karten. Weltraumkarte. Süß. Ja. Naja. Orbitalkarte. Nennen wir es Orbitalkarte. Äh. Disruptor. Der kostet ja gar nichts. Natürlich mache ich den. Äh. Nassant. Welche Waffe machst du? EE4? Ja. EE3. Also momentan EE3 habe ich. Ja. Aber EE4 mache ich. Warum will ich die überhaupt? Warum nicht? Weil sie jeder will. Äh. Da, da, da. Da kommen die Imperialen leider. Ich will... doch nur spielen. Uh. Uh. Nein, 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 nein. Wo ist der, wo ist der, wo ist der? Ich tu doch nichts. NEIN. DOACH. Ich hätte es fast geschafft, das Ding im Alleingang zu 1 zu nehmen. Naja, fast.